Der Season Pass kostet 22 Euro oder so. Ja, 3 Euro billiger. Und du kriegst ihn ja so schon billiger noch. Oh, der Mikro-Kick kriegt auch noch mal billiger. Oh Leute, da hat doch eigentlich nichts mehr da gemacht. Einfach nur dabei sein, guck mal. Jetzt hätte ich gelöscht noch mal viel. Hey, da blubbert was. Ein Bäumchen. Die Ends sind unterwegs. Arcan sammelte die frommsten, ehrgeizigsten und kämpferischsten Saccharum-Gläubigen um sich. Er lehrte sie, die Macht des Lichts zu nutzen, wie es auch die neuen Paladine lernten. Doch diese Rekruten, diese Kreuzritter, gewannen einen Einblick in die Welt. Die Urkräfte der Saccharum, die ihn kein Paladin je erhalten hat. Juhu. Leute. Neues Wissen. Einige verschlagene kleine Goblins haben unsere Händler überfallen. Verfolgt man sie, so öffnen sie einfach Portale und verschwinden mit einem Kichern, das höchst ärgerlich macht. Das Landvolk glaubt, dass diese Goblins einem höheren Dämon dienen, der unter dem Namen Gier bekannt ist. Und dass sie ihre Portale in seinen Reich führen. Hm. Eine wahrhaft lächerliche Vorstellung. Hm. Der macht weniger. Kannst du hier reingehen? Trink mir keinen Schaden. Vielleicht könnte das... Warte, warte. Komm zurück. Vielleicht kannst du dort verbrauchen. Dann kannst du einen Sockel rein tun. Ähm. Zillot, brauchst du das. Das ist schlechter als die Krone. Wollen wir ja nicht. Vielleicht kannst du da eine dicke Sockel rein tun. Mit 600 plus oder so. Oh, ich hätte solche. 600 plus. Ich hätte so einen glänzenden, imperialen Barakat habe ich ja. Verlorene Mine von Moria. Kommt vor ich wieder los. Genau. Ich dachte, ich hätte einen so einen kleinen Torflug mehr bekommen. Woah Go�'s recht Telefon Ich bekomme ich nicht mehr Säme Das ist voll dieses Knistern oder was auch immer das es da hört. So, Optionen. Muss ich mal hier den Sound ein bisschen leiser machen. Habe ich auch schon ein bisschen leiser gemacht. Achso, der Stab zählt für 2 Händler, ok. Mach ich das hier um 5 lauter und die Umgebungslautstärke um 5 runter und die Musik mal um. Warte, ich muss einen anderen Spell mal nehmen, der ist irgendwie voll doof. Ach gut, ich bin wieder da. B. Irgendwas wegen einer Bescheinigung. Eine Bescheinigung für deinen Anzug. Ja genau, ich muss erst eine Bescheinigung haben, damit ich Anzugträger bin. Ja. Du willst mir verweigert, dann sagt der Anzug ne. Ja, dann sagt der Anzug so ne. Ne, da steht der Anzug dran. Wie in den ganzen Spielen. Also Gegenstand wird benötigt oder sowas. Oder so Bescheinigung benötigt. Wär schon madig. Voll viel Gold. Der Rest gut verteilt, der Ritter. Verbrennt im Licht. Nicht genug Zorn. Oh Gott. Foxy, komm her. Was denn? Hier ist noch ein böser Gegner. Aber ich bin nicht nett, das ist genau so. Der böse Gegner ist vielleicht tot. Ja, ich bin unterwegs. Ich bin noch ganz schön. Er ist ja hingelaufen. Guck auf deiner Karte, mit Tab kannst du es eröffnen. Viel zu weit weg. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Ein Chill. Hier ist ein Chill, Chill, Chill. Ein gelber Schild. Erstmal so. Ich glaub ich haben was da. Das glaub ich gut für dich. Nee. Oh, da ist ne Quashed. Huch. Ich habe gehört, dass es da unten eine ertragreiche Ader von Metallen und Edelsteinen gibt. Hilf mir sie zu fliegen. Und werde dir meine Waren zu einem mehr als guten Preis verkaufen. Okay. Die wertvollen Erze. Warum folgt der mir denn? Das gefällt mir nicht. Der findet dich so sexy. Ach, der bleibt einfach stehen, wenn der Gegner sie ist. Du bist ja... Nee, der bleibt die an. Ich benötige mehr Zorn. Ich benötige mehr Zorn. Dauna Blitz. Aber da muss man gar nichts mehr machen, wenn ich schon da bin. Das wird ein guter Kampf. Ich muss morgen um 9 Uhr aufstehen. Warum? Weil ich zu Ikea war. Oh, Ikea. Ich glaub, da bist du auch vor 5 Uhr, ich bin zu Hause. Ja. Da bin einmal Ikea drin und da geht mir die wieder raus. Weil ich jetzt schon... Das letzte Mal war ich so bei Ikea, weil ich bewege so ein neues Bett. Keine Ahnung. Ich war so um... Ich war so um 3 Uhr da und bin um 8 Uhr zu Hause. Dann vielleicht noch Eltern, die vielleicht auch noch was kaufen wollen, oder? Ja, ja. Und die dann immer ewig umgucken müssen. So, Ikea ist so ein Ort, der ist einfach nur geschaffen, um dir deine Zeit zu rauben. Der saugt so die Zeit so aus dir raus. Ich hab legendäre Gegenstand. Ich nicht. Ich hab einen Edelstein schon gekriegt. Cool. Ich hab legendäre Gegenstand. Cool. Wie man so voll hört, dass der Zillard so... verschnupft ist. Oh, nichts dabei. Oh. Kein Glück. Cool. Aktive Feiertigkeitskategorie. 1. 3. 2. 3. 3. 4. 5. 5. 4. 5. 5. 6. 6. 6. Wo ist denn die? Achso, wir haben schon die Metallfahne, was? Ja, wir müssen doch reine Edelsteppe. Fangen wir hin. Muss man da draufklicken, oder muss man da nur hingehen? Ich soll mal draufklicken. Könnte sein, dass wir noch da ganz oben noch müssen, weil da war noch so ein Weg. Nice, oh. Warum nur? Ich geh ja hier mal gleich durch den Nebenweg entlang, dann geh ich mal so ein bisschen, das ist ein ganz langer Weg lang. Und dann so, oh, da ist auch noch ein Weg, da will ich auch noch. Ja, das ist richtig kacke, weil ich so lange schaue. Jetzt wollen wir einfach noch so einen ganz kleinen Weg entlang laufen. So, guck mal, mein himmlisches Ost. Ja, du. Braucht man die anderen? Der Zillard hat seinen Sprung. Okay. Habe du? Oh fuck, ich habe verpasst, aus dem Heilbrunnen zu trinken. Ich will ja aus 10 Millionen Heilbrunnen immer wieder trinken. Oh nein, dieser Rehn. Dieser Weg, der wird kein leichter sein. Ja, das ist der Ort. Oh, der ist weg. Ja, wir haben auch den Rhein-Esscher gefunden. Was? Grad. Abion. Wenn mein Garten treibt gerade an. Der ist aber echt schwach. Und wie versprochen. Hier sind meine Waren. Cool, ich habe neue Schuhe bekommen. Ja, das ist so zu verkaufen. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich schmelze mein Zeug ein. Das ist ein Köscher. Weil das Zeug, was man hier so gibt, ist... Oh, da sind auch bessere Schuhe. Das Zeug, was man hier so hat, ist an sich irgendwo noch nicht so wert. Das stimmt. Utilität. Ja. Sieht schon voll cool aus. Oh, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt Stufe 17 erreicht. Ihr habt Stufe 18 erreicht. Ihr habt Stufe 19 erreicht. Schön. Dann, wollen wir schnell in die Stadt gehen und dann verkaufen, oder? Kannst du doch auch verkaufen bei den Typen. Äh, ne, ich meine Einschmelzen und so. Weil ich habe jetzt keinen Bock hier zu verkaufen. Dann mach er brutal einfach auf. Ich muss zurückkehren. Ja, warte. Mach ich jetzt. Nicht. Na, nah bei zusammenbleiben. Manche werden stärker, wenn mehr Spieler einem Spiel beitreten. Oh mein Gott. Wenn ich nicht. Ich meine, ich habe euch. Ich habe mich nicht. Ich habe mich. Ich habe mich nicht. Ja, ich habe mich. Die haben mich nicht. Aber ich habe mich. Ja, ich habe mich. So, auf geht's, weiter. Schon wieder kommt immer wieder irgendjemand online, Mensch. Oh, da ist jetzt der Halbrund, ich muss nachdem trinken. Noch nicht. Nein, ich hab meine Trümmer zu halten, nein. Nein. Noch nicht bereit. Aufwählen und bis später. Bis später, Pedder. Wie lange wollen wir noch heute eigentlich machen? Ich kehre in die Stadt zurück. Wir wollten doch eigentlich bis ab drei spielen. Kann aber noch etwas dauern. Was gibt's denn hier so für Waffen? Boah, ich will mir jetzt keine neue Waffe machen eigentlich. Da hau gegen den Stein. Hi, hi. Oha, Foxy. Du bist frei-hide. Es ist nicht toll, dass ihr weitermacht. Du bist sowieso halbes Level höher. Genau. Wow, ich hab jetzt was geschmiedet, das ist schlecht und das hab ich so eingeschmolzen. Wie einfach so grad noch dieses Symbol dran war, dass einer aus meiner Freundin ist, das ist einfach ein ganz großes WoW-Spiel. Oh mein Gott, da kommt er schon angeritten. Der Bote des Todes kommt angeritten. Ja, genau. Mit seinem coolen Geist. Mit seinem Geister-Kumpel. Noch nicht. Mit seinem Geister-Bro. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Ich bin jetzt nur der neue Skelett-König. Nein. Wir sind nicht Aragorn. Was? Doch, ich bin Aragorn. Siehst du nicht meine leuchtende Präsenz? Nein. Ich bin Aragorn. Du bist höchst in Lemley. Ich bin wer? Jim-Lenley. So, okay. Oh, guck mal, ich kann jetzt Boom machen. Boom! Wow, das ist spektakulär. Ja. Wow, ey, er steht für die ganze in diesem Ding dran, nimmst du Schaden, ich kann jetzt endlich Boom machen. Mach mal. Cool. Das ist so spektakulär, also. Ja. Was ist denn diese Schaden? Wie du es 4. Es halt die Gegner einfach. Es macht dir Schaden und halt die Gegner. Oh, cool. Die beste Fähigkeit, die ich kenne. Also, ich finde alles gut, was einfach dir selbst Schaden macht. Das ist doch. Macht Boom. Macht Boom. Macht den Schaden. Jetzt werde ich mich beweisen. Oh nein, die Akatschrift oder die Laser. Ich brauche sie nicht ins Licht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oder ehrlich gesagt in die Laser, wenn du willst. Es gibt hier drinnen nichts, was euch nützen würde. Wir hätten es wissen müssen. Die Bauern sind schon... Die sind dunkle Zeiten, mein Freund. Ich glaubte für einen... Cool Färbemittel. Ja. Äh. Ich hab hier einen Zauberer-Kopfschuss. Achso. Ich hab da einen Kopfschuss für... Ein Kopfschuss für dich. Ein Kopfschuss. Ja. Er macht aber 12,5 Minos Charme. Ist nicht cool. Okay, dann gib mir wieder zurück. Ja. Ja, er kann nicht verkaufen. So. Ah, Sonne. Geh weg. Also, bei mir scheint keine Sonne mehr. Ich hab mir auch nicht, weil wir sind nur Hagen und Regen. Nicht genug. So. Ich hau immer noch in den Haus. Ich hab mir Färbemittel gekauft. Achso. 30 Stück. Ich will zur alten Mühle, das sind Leute. Wo mein Geist macht ge... er macht tolle Geräusche. Aber das ist der Geist. Da drastet es den Zillort. Ja, der auch. Der hat Hunger. Darum macht er so komische Geräusche. Stufe 20, cool. alles so vor und wenn ich auch so verfluchte Krypto die Wege verschillt die werden mit einer kurzen Pause einliegen damit wir verteilen können oder neben mir wenn ihr stupe 20 weiter machen diese Pause der Stadt Prozent verteilen wir mal unsere ganzen die in Beidem ich auch ja ja wenn ich das macht dann der Rentie wieder der Redner zu machen zwei Jahre vorwärts und so der reichste immerhin das Problem werden macht das ja die Krieg hervorragend wurde und kriegte keine Erfahrungen tut es in der Lüge die Jahre und aus aus erst kurz machen Angriffsgeschwindigkeit nähe auf erhöht die Lebensregeneration um 23 die Gehirn nicht der physischen Schaden um 20 Prozent wo ich will in ihrer ich mache das mit der Lebensregeneration erst mal zur Kavallerie so Ey cool, geh ich schon